Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute. Kann HR heutzutage noch was lernen? Wieso machst du sowas Verrücktes? Wie kann das funktionieren? Vielen Dank, dass ihr hier seid und viel Spaß. Finde ich für die Location echt super. Ich glaube, der Aufbau ist cool, weil wir viele Leute kennenlernen. Wenn es nicht mehr gut ist, dann können wir auch ein bisschen mehr geladen. Abonnieren wir die Location mehr, die die Location nach der Rosation. Was passiert das? Der Neue erzählt es, die Location nach der Runde der Bühne. Die Location nach der Natur ist, wie es erwähnt. Ich hatte gerade eben eine Session mit Employer Branding. Da waren tolle Sachen mit dabei und ich finde es sehr schön. Wer von euch hat schon mal meditiert? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020